Hallo, hier ist Ronja und Topps und ich spielen heute Roblox, und zwar Heaven Simulator. Man kann Leute verprügeln, komm mit, wir müssen schicken. Ich glaub, der ist gerade einfach weggehüpft. Ich wähle jetzt die Fäuste aus, denn der Typ hat mich vorhin schon mal ge... Ich glaub, der Typ ist stark oder so, wenn ich mich nicht weiß, ich glaub auch, wenn der da so hüpfen kann. Er hat vorhin, als ich einfach nur gewartet hab, bis Topps joint, hat er mich einfach getötet und ich war da so, nein, wieso tut er das? Hier steht Heaven Ups hier, also... Heaven, das heißt, ja, ich hab gedacht, ich hab gedacht, die Schrift geht in die Richtung, deswegen bin ich nach da gelaufen. Richtung Himmel. Also, das war meine, meine geheime Theorie. Hier müssen wir, glaub, hochspringen, guck mal. Nee, also hier steht, wir brauchen Milch, Cookies, Schokolade und dann sind wir schneller oben im Himmel. Also wir wollen nicht im Himmel. Was? Äh, links ist so ein Häuschen. Und da kannst du die kaufen, aber ich glaub, die kosten Robux. Echt? Nee, ja gut, aber ich glaube, Gott, mal, guck mal. Warte mal, ich komm hier gar nicht. Ich komm hier nicht hoch. Ich komm hier nicht hoch. Ich komm hier gar nicht hoch. Du kannst, du musst einfach die ganze Zeit, du musst einfach die ganze Zeit nur links klicken, die ganze Zeit mit deiner Stärke. Mit der blöden Pauschen. Guck mal, da ist einer, wollen wir den verprügeln? Komm, den verprügeln wir jetzt. Wir verprügeln den, auf geht's. Hier, da ist er. Ich mach den nur einen Zentimeter. Wie, wie verprügeln wir? Ich weiß gar nicht. Der hält sich zuschneckt. Womit verprügelt man? Links oder rechts klick? Auf eins, 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 äh, eins. Also sozusagen ist das. Komm jetzt zu mir. Bist du hier hinten? Ich komm nicht hoch. Was? Ja, nee, nee. Komm runter, komm runter. Komm, da sitzt du mich rechts. Ach, nee, nee, nee. Links von dir. Ich seh dich gar nicht. Links von dir? Ich verprügel deinen GG. Ich verprügelt den GG vorne. Ich glaub, der hat einfach sich nur so'n, irgendwie so'n Tastchen. Oh, ja. Aha, aha. Los, komm mal auf den drauf. Bei mir passiert gar nichts. Ich kann den gar nicht prügeln. Aua! Der Typ greift mich an. Ich kann den gar nicht prügeln. Äh, links klick, links klick. Ich werd angegriffen. Au, der regeneriert. Oh ja, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. GG Bro hat gar keine Chance. Der ist nämlich AFK. Der heilt sich aber. Der heilt sich. Wir verlieren zu zweit gegen jemanden, der einfach AFK rumsteht. Das möchte ich nochmal anmerken. Nee, 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 wir kriegen's den, wir müssen ihn noch. Nee, nee, der schlürft auch seine dummen Potion. Er steht einfach da und er denkt sich, I don't even need this. Guck einfach nur zu, wie wir den Typen, der AFK, zusammenschlag. Okay. Wir sind hier beim Prügeln. Wow! Wow, wir sind so stark. Tops, wir sind die Besten. Ja. Was ist denn das für ein Spiel? Komm, ich. Also, bis jetzt bin ich nicht unzufrieden. Ich komm da immer noch nicht hoch. Komm. Tops, du musst einfach die ganze Zeit nur links klick drücken. Tops, was denkst du dir, was ich mache? Oh, ich bin runtergefallen. Wolltest du runtergeprügelt? Nee, ich bin runtergefallen. Ich schlürfe schon die ganze Zeit meine köstliche Lila Suppe, aber es reicht nicht. Ich bin nicht... Oh, jetzt hab ich geschafft. Ja, ich bin stark. Ich bin groß. Oh mein Gott, ich fall gleich. Wir müssen auf die Wolken, gell? Ja, wir müssen auf die Wolken. Okay, der... Ah, wie der springt. Hast du das gesehen? Okay, der charged da einfach hoch. Warte, wenn du da noch nicht hochkommst, dann komm ich da auch noch nicht hoch. Nee, ich glaub, du musst richtig viel. Ich weiß nicht, wie du... Der ist so irgendwie... Ja, guck mal, wie viel der Typ, der eine Typ sagt, die T-Pro. Ja. Oh, warte, ich hab's, ich hab's... Oh, ich hab's nicht. Du brauchst so lange, bis du wieder trinken kannst, weil das einfach irgendwie... Du kannst das nicht sparen. Ja, guck, stell dir vor, stell dir vor, du würdest zu viel, dass du auf einmal trinken erhält, dass du durchfall. Oh. Oh. Guck mal, wie weit nach oben geht. Lol. Da gibt's die Münzen. So, Leute, willkommen. Für die nächste dreiviertel Stunde holt euch einen Kakao oder irgendwas anderes. Wir sind hier noch dabei. Wir holt euch eine Milch und Kekse. Ja. So. Isst du Kekse mit Milch? Oh, ich, ich esse diese Schoko-Kekse, diese doppel... Schoko-Kekse! Oh, nein! Ja, nee, ich bin nur da... Oh, ich bin wahnsinnig. Egal, wir schlürfen weiter. Wir lassen uns hier nicht entmutigen. Ich weiß nicht. Ich hätte auch gern so so ein Getränk, was unendlich hält und was mich höher springen lässt. Ich auch. Ich auch. Das wäre super. Überleg mal. Du wärst einfach unaufhaltsam. Du wärst Mr... Das Problem ist, wenn du dann springst, aber nicht hochspringen willst und bist in einem Haus drin, weißt du? Ja. Oh, warte, warte, warte. Oh, ich hab gedacht, ich schaff's. Egal. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm? Ist nicht schlimm. Ist gar kein Problem. Äh, ich glaub, da oben kann man auch so Coins einsammeln und für die Coins kann man dann auch Kekse und sowas kaufen. Oh, ich mach mal drauf. Okay, es läuft. Oh, ich hab's geschafft, ich bin drüben. Ehrlich? Alter, die Musik ist gerade nicht laut, oh mein Gott. Okay, ich hab die Musik ausgeschleucht. Wo kann man die Musik ausschalten? Äh, links sind drei Striche und da ist Audio. Und da kannst du es einfach auf ausmachen. Ich hab die auch ausgemacht. Oh mein Gott! Ja! Tops, ich hab's geschafft! Tops, ich bin gefallen! Cool. Hä, nee. Hast du den Lippwunsch? Nee. Egal, ist es gar nicht schlimm? Ich trinke weiter meinen leckeren lila Saft, den mir Kraft gibt. Ja, warum sehe ich denn Münzen? Ja, ich seh auch die Münzen. Ich will auch die Münzen. Alter, Vater, ich geh das weit nach oben, ey. Nicht, 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 nicht. Du musst einfach wie eine Bekloppte, warte mal, wie viel hab ich? Wie viel Energie? Gibt's ein Ende? Ist das... Warte, wo sieht man denn, wie viel Energie man hat? Oh, du hast 129. 129, ich hab 84, jetzt hab ich 85. Hast du so viel mehr Saft geschlürft als ich? Ja, ich hab die vorher wie Bekloppte geklickt, ich klicke die ganze Zeit links legt. Alter, Gigi Braw hat 1200. Was für ein Verrückter! Der steht auf Karob und ist einfach nur am links klicken. Der hat sich irgendwie ein Bot eingerichtet. Und... Oh, hier ist es auf die Schaff. Ich sag, noch einmal hochlaufen und Saft schlürfen. Und dann habe ich's. Du musst einfach lernen, Höhe zu springen, hörst du so. Ja, ist gar kein Ding. Machst du auch so im Relief? Ich bin auch im Relief kein guter Springer, muss ich ehrlich zugeben. Mein Rekord war 3,10 Meter im Weitsprung. Und das ist nicht so wirklich weit. Ich glaube, ich hab mal 4, 5 Meter geschafft. Also ich weiß, dass 3,10 Meter echt nicht gut war. Und es wurde aber auch nicht besser. Also es war einfach, ich war stuck auf 3,10. Und ich bin nie höher, also weitergekommen. Und dann habe ich irgendwann... Oh, Leute, wie ich mittlerweile höher springen kann. Ist ja cool. Ich bin jetzt aber auf 108. Warte, du bist mit 130 rübergekommen ungefähr. Das heißt, ich muss nur noch ungefähr... Zorn sich mal klicken. Dann habe ich's auch. Hauptsache der Typ, der schreibt mich an mit Noob, Alter. Weißt du? Ah, okay. Der bockst dich jetzt zugrunde, Alter. Komm. Ja, ha? Mach den kaputt, mach MWG kaputt. Ja. Ich helfe dir. Oh ja, oh ja. Los, bockst drauf, bockst drauf. Ich versuch... Nein, MWG sprich weg. Okay, wir kommen da nicht hin, Topps. Verdammt. Warte, wie viel hast du 160? Mit 160 schafft man's noch nicht, da hochzukommen. Der hat gesagt, du bist ein Bot. Stopps. Der hat gesagt, ich will... Der beleidigt uns einfach. Okay, er ist wieder da. Der hier will, der macht hier Stress. Los, komm auf ihn drauf. Los, los, los. Ich boxe schon, ich boxe schon. Ich boxe, ich boxe. Du musst richtig vor ihm stehen. So, ja, los, komm. Ey, MWG. Ja. Ja, wir kommen da halt nicht hin. Der, der BM-t uns. Warte. Okay. Du hast es mit 170 auch noch nicht geschafft. Das ist ja so belastend hier. Das ist ja so belastend. Ich glaub, der hat mich einfach nur an der Kante, weißt du. Ich glaub, 170 brauchst du, um rüberzukommen, weil der steht ja an der Kante. Ja. Wo man rüberspringen muss. Ja, aber der Typ hat halt auch 400, ne? Wir wissen nicht, wie viel man braucht. Alter, siehst du den da oben? Das ist GG, Bro. Hast du den gesehen? Er hat so rote Linien hinter sich. What the hell? Ja, ist in Ordnung, Alter. Man kann es aber auch reiben. Okay, nur noch wenige Schlucke. Guck mal, der hat Hashtag, Hashtag, Hashtag gemacht. Warte, wie viel für fünf Robux? Warte, ich könnte es mir kaufen eigentlich. Ja, du bist ein Cheater, ha? Warte mal. Cheater, Cheater. Cookies. Nee, tue es nicht. Tops, tue es nicht. Ich kaufe mir einfach drei. Tue es nicht, Tops. Hol ich mir, hol ich mir einfach mal Dinge ins Cookies. Wieso hast du eigentlich jetzt 300? Yo, das ist doch straight up cheating hier. Straight up cheating mit Cheat-Mate. Nein. Was ist denn das hier für... Nee, ich bin sehr unzufrieden mit der Gesamtsituation. Nein. Oh, gute Nachrichten. GG, Bro ist gequittet und die anderen haben alle null. Weil wir sind... Ich bin so das Beste. Tobias. Ich habe gedacht, man kriegt Kekse, die man essen kann. Damit man so ein bisschen irgendwie, weißt du so... Ach so. Aber da kriegt man ja einfach nur... Da kriegst du einfach nur Batzen... Batzen an Erfahrung. Okay, das ist ja kacke. Hm, sehr kacke. Ich habe sicher geschüttelt. Ich bin deswegen besser in dem Spiel als andere Leute. Ich habe nicht geschüttelt. Oh, ich habe einfach mit Geld gekauft. Ja, das klingt, ich hätte die noch über, weißt du. Guck. Ich zum Beispiel... Ich kaufe nichts mit Geld in so Spielen. Weißt du warum? Weil ich kein Geld habe. Ich hätte gedacht, du willst die Leute nicht unterstützen. Ich will die Leute nicht unterstützen. Ich möchte hier ein schlechtes Bild senden. Die Leute, die das hier schauen... Ja, ihr müsst wissen. Ihr müsst in den Spielen, die ihr spielt, nichts bezahlen. Niemand kann euch zwingen. Ihr müsst es nicht tun, okay? Don't do it. Warte natürlich einer, der möchte Stress. Gebt euer wertvolles Geld auch nicht für sowas aus, dass ihr höher springen könnt in den Minigame-Modus-and-Roverse. Das macht nur Tops, das ist traurig, sowas. Ganz erwerblich. Ich wollte testen, was es bringt, wenn man das macht. Ich bin so ein Biest. Ich springe auf den Mastermind. Guck mal, wie weit man hier springen muss, oder wie es so ungenannert ist. Oh Gott, wir sind ne ewig. Ich will einfach nur noch die Coins. Wo sind die Coins? Die sind unter dir, glaube ich, eins, oder? Ne, die sind alle weg. Der MEG-Typ hat die aufgesammelt. Das war ein Idiot. Wieso tut der das? Das waren meine Coins. Ich hab die reserviert. Ich schreibe jetzt bestimmt wieder. Ja, Noob. Weißt du was? Ich hab ja noch ein paar Rest Roblox. Alles klar. Jetzt geht's los, ne? Jetzt wird hier reingecashed. Jetzt, jetzt. Ja, ich hätte noch so einen Rest Roblox. Und jetzt mach ich den Typen einfach fertig. Aha! Nein, doch nicht. Ich komm nicht an die Coins. Die sind alle so weit weg. Was ist denn das? Ich würde so gerne an die Coins kommen, aber das ist unmöglich für mich. Ich bin zu klein. Du entkommst mir nicht, du. Nein! Ich bin unter Mario Superfan. Der ist gerade erst reingejoint. Der payt sich auch hoch. Ich bin ein ehrlicher Spieler, okay? Der hat sich nicht hochgepaint, der hat sich wahrscheinlich ja Troll schon gespielt. Dann hat sich eine neue Lobby gesucht. Mr. Tobias? Wir boxen jetzt. Wir boxen jetzt. Wir boxen jetzt. Er ist runtergehüpft. Das ist doof. Ich hab mir jetzt immer die Coins gegönnt, alter. Oh, ich will auch die Coins, aber jetzt ist Mario Superfan wieder weg. Ich weiß nicht, was ich mit denen machen kann. Ich weiß es auch nicht. Alles, was ich will ist. Ich muss die Coins sammeln. Ansonsten ist mein Leben nicht mehr lebenswert in diesem Spiel. Aber ganz ehrlich, was mach ich hier eigentlich? Ich hüpfe und falle. Und dann hüpfe ich wieder und falle. Und dann sehe ich auf Skorbold und alle haben mehr als ich. Aber du und MLG, ihr liefert euch ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen, gell? Und dann die Coins, wenn ich gedacht habe, ey, da komm ich ran. Die sind jetzt einfach weg. Die hat sich einfach irgendjemand geschnappt. Die sind einfach weg. So, ich sehe die nie wieder. Oh Gott, ich bin schon wieder gefallen. Ich habe gleich 300 Punkte und ihr seid crazy. Ihr seht so krass aus, man kann so hochhüpfen. Das ist auch cool irgendwie. Also ich weiß, warum die Leute das spielen. Ehrlich? Es hat irgendwie was. Es sieht zwar wahrscheinlich als außenstehende Person für jetzt alle anderen sehr, sehr langweilig aus. Aber man will ja weiter, ne? Aber man macht einfach mal, man hört nicht auf. Es ist wie so eine Sucht. So, dude, einmal angefangen, du kannst nicht aufhören. Du klickst und klickst und klickst und klickst. Das ist wie, äh, was haben wir letztens gespielt? Äh, Superhero Simulator. Superhero Simulator. Das ist genauso. So, du spielst und du spielst und du willst nicht aufhören. Und es ist furchtbar langweilig eigentlich. Und es passiert auch nichts. Und du hast nichts davon, wenn du es gewinnst. Aber du willst weitermachen. Aber du willst weitermachen. Das ist so Mobile Games, das ist genau das Gleiche. Ich war großer Verwechter von Heyday immer. Und dann hat mich meine Mom in Heyday überholt. Ja, nein! Ich war so... Nein! Nein! Okay, weh, irgendjemand nimmt die Coin, die da liegt. Okay, weh, weh. Ich würde jetzt eigentlich mal schreiben, noob, aber... Nicht? Nee. Vielleicht nicht? I'm all the way top. Das meine, das meine, das meine. Nein! Ich kann sie nicht kriegen. Es ist unmöglich. Die Münze zu erreichen ist... Easy. Ich hab den Typen einfach rausgeekelt, weil ich einfach der Beste bin. Easy, weil du einfach gekauft hast. Warte mal. Ich hab Coins. Ich hab 341 Coins. Was mach ich mit den ganzen Coins? Coins. Was bringen mir die Coins? Also, man kann Coins kaufen. Das bringt mir Coins. Pets. Ah, Pets. Die kriegt man für Coins, ne? Ich kann mir auch so ein Pinguin holen. Aber ich spare auf das Einhorn. Aha. Ich spare auf die Fledermaus. Ich spare auf das Einhorn. Ich für die Einhorn des Einhornes. Kann ich mir die Fledermaus holen? Ich hab die Fledermaus. Zeig mal. Warte, ich muss erst mal noch ganz kurz nach ganz oben und die Coins einsammeln. Warte, ich brauch noch 50 Coins. Oh, jo. Holla. Holla, Holla, Holla. Warte, sind das aber die Coins, die man, also die Coins, die ich jetzt versucht hab zu sammeln, verzweifelt schon das ganze Spiel? Guck mal, wenn du oben auf rechts, guck mal oben rechts. Ah, Counter-Strike ist fertig. Counter-Strike ist fertig. Träumchen. Spoiler, Leute. Es wird Counter-Strike mir hier geben. Okay. Ah, nein. Oh, Leute, hier sind einfach drei Coins. Und sie verbringt ein zum Coin, das frage ich mich. Ich will. Gib sie mir. Alles, was ich will sind Coins für mein Einhorn. Wo sind denn die ganzen Coins auch? Die sind alle geklaut. Der blöde Typ mit dem Pinguin hat sie alle geklaut. Mann. Dann verbrügel ich den jetzt so. Ja, verbrügel den mal. Ganz ehrlich, der hat's verdient. Den nehme ich seine Ehre, Walla. Die Ehre genommen. Genomt? Genomt, ja. Voll genommen. Jawollah. Ich bin jetzt auf den Häusern. Voll cool. Da waren früher mal Coins. Oh, nee. Okay. Auch. Okay, danke für das Statement. Ja, nee. Ich will nicht runterfallen. Ich mag das nicht. Aber dann bist du trotzdem runtergefallen, Har. Ja. Wie hat sich das angefühlt? Ja, so weiß ich nicht. Ich lauf ihn hinterher und pack ihn. Also, der kann ich's dagegen machen, weil ich schneller bin und stärker bin. Okay. Möchtest du, warum du schneller und stärker bist? Nö, eigentlich nicht. Weil ich der Bessere bin? Nee, Tops. Nicht, weil du der Bessere bist. Der hat Angst vor mir. Der läuft jetzt schon ein Pfade. Guck mal, hier gibt es noch andere Wolkenpfade. Die sind ganz ähnlich, auch von den Abständen. Aber die hat noch keiner erschlossen. Das heißt, die Coins sind alle für mich. Der springt runter, anstatt sich für mich. Nein, ich bin außen runtergefallen. Klasse. Ach ja, Ronka. Ich hab bald genug Coins. Nur noch neun. Nur noch neun. Jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Jetzt hast du's. Ich finde, die Pets müssten dir so einen Bonus geben, wenn du es trinkst. Alter, das sieht voll nicht aus wie auf dem Bild. Das ist richtig hässlich. Das sieht so hässlich aus. Was ist denn das? Alles, was ich wollte, war ein hübsches Einhorn und jetzt hab ich das Ding hier. Das ist so ne Mutation. Guck dir das mal, Antops. Warte, guck. Ja, warte, ich komm runter. Wo bist du? Äh, ich komm dir entgegen. Ich komm dir entgegen. Ich bin unten. Yo, das ist so hässlich. Wo bist du denn? Ja, hier, die mit dem hässlichen Einhorn. Ich hab dich grad gesehen. Hier, du bist da. Bleib stopp. Hier, ich bin auf dem Nächsten. Guck mal. Ja, das sieht voll hübsch aus. Guck dir das mal an. Auf dem Bild, ja, auf dem Bild war das so ein pinkes Einhorn, ja. Und jetzt ist das so ein Aufblasding mit einer grünen Mähne. Was ist denn das? Das sieht aus wie meine Haare nach dem Chlorwasser. Okay. Guck mal, das hat so... Wann, ihr tut das eigentlich weh, wenn ich die schlage? Ja. Na gut. Wäre lustig gewesen, hier sind so One Hits oder so 1000. Aber es sind noch andere Spieler da. Nein, ich bin gefallen. Mein Einhorn konnte mich nicht retten. Aber ich find das Spiel ganz witzig. Ja. Es ist nicht allzu schlecht. Oh, wenn's... Ich weiß nicht, wie interessant das jetzt zum Zuschauen war. Aber es hat eigentlich Spaß gemacht. Ich hoffe, es beschwert sich jetzt keiner. Ja. Ihr könnt hier mal schreiben, ob ihr auch schon mal irgendwelche Tiere habt oder... Also, ob ihr das Spiel überhaupt gespielt habt. Und wenn ja, ob ihr auch Tiere habt. Bin fast oben ins Oben gegangen. Falls ihr ein Einhorn habt, ob ihr genauso enttäuscht war wie ich. Weil ihr gedacht habt, du bist ein pinkes und ein Wurzeln grünes. Aber gut, das war's für diese Folge. Ich mag das Einhorn. Du magst das Einhorn. Ja, ich mag das Einhorn. Ich will's dir schenken, aber ich kann nicht. Oh, das ist ein Coin. Warte mal, den brauch ich noch. Ich wollte eigentlich Ciao sagen, aber jetzt brauche ich noch diese Münze. Na ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ihr euch einen Daumen nach oben da. Pups nicht zu viel, weil sonst riecht das von ja. Richtig. Das ist eine nette Weisheit von dir. Genau. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.